In Deutschland ist die Zahl der Kinder, die misshandelt oder sexuell missbraucht werden, weiter hoch. Das zeigt die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes. Im vergangenen Jahr wurden demnach 14.395 Kinder sexuell missbraucht. Das sind statistisch fast 40 Fälle pro Tag. Die Zahl körperlicher Misshandlungen stieg auf 4.233. In fast jedem zweiten Fall waren die Kinder jünger als sechs Jahre.